Es ist tot. Zum Glück ist es tot. Jetzt müssen auch dieser einzelne Legionär sterben und dann hoffe ich, dass es das war mit diesen Viechern. Ich bin mir halt noch uneins, ob ich nicht auch noch das Shadow Light Return säubern sollte, sobald ich jetzt dann die Gelegenheit dazu habe, indem ich Vortex lerne, also Dark Vortex. Der bringt mich ja an den Altären ins Shadow Light Return. Dann ist nur halt die Frage, ob das jetzt umgekehrt ist, dass das der oberste Altar, den ich hier in dem Gebiet habe, weil ich bin ja hier gleich bei einem Altar, mich ins schlimmste Gebiet von Shadow Light führt oder ams einfachste. Ja, ich höre dich rumlatschen. Blatscht da hinten rum. Gut. Du bist wenigstens einfach. So, Level up bei Tarion. Für das da brauche ich... ...hier ist Bergwaffe. Ja. Wenn cast in front of an Altar of Light... ...a Vortex will transport a party into the Shadow Light Divide. Different Altars will take you to different areas. das heißt ich mache das jetzt mal ganz 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 geschickt das hier wäre nämlich der erste altar vielleicht welche dem ich mich einfach hier heile falsches ding also so geht der zauber jetzt bin ich gespannt dark waters cast liquid interdimensional portal ok shadow light divide ist level 19 und ich kann im shadow light divide viel flurschaden anrichten und kristin den kann ich nicht einschlagen gut denn da Den ja. Ich hör schon mal das Grinden von Stone auf Stone nearby. Oh Gott, nein. Das ist ja cool. Hi ihr. Ich habe zum Glück den Autosave am blauen Kristall gemacht. Ich habe halt wirklich so das Gefühl, dass ich hier jetzt im schlimmsten Teil von Shadowlight Divide gelandet bin. Ich habe auch schon ein bisschen mehr. Ich habe das Gefühl, dass ich hier jetzt ein bisschen mehr rauskomme. Ich habe das Gefühl, dass ich hier jetzt ein bisschen mehr rauskomme. Das hier ist ein Secret. Ich habe mich gerade geportet, okay. Und der bringt mich wieder zurück, okay. Ich frage mich gerade, sind das Gegner oder sind das nur leuchtende Flämmchen? Okay. Ein Secret. Scroll of Resurrect. Ein Savior Spell. Ja, ich finde das ist unnötig, weil wenn einer stirbt, sollte man neu laden. Irgendwas stinkt doch hier, gewaltig. Okay. 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 Ja? Okay, das sind Rauchgeister. Die sind nicht so gefährlich. Der da hingegen macht böse Schaden. Was auch immer du bist. Du bist nämlich kein normaler Watcher. Ich sehe es dir doch an. Äh, okay. Er ist ein Totenbeschwörer. Aber er ist nicht untot. Uff, Haller. Mhm. Und er gibt nur Schaden durch Magie. Okay. Oww. Oww. Mhm. Ich höre den Ton von Untoten, die beschworen werden, okay. Ja, euch, kriege ich zum Glück leicht weg. So, du könntest eher eine Plage werden. Du bist das Hauptproblem. Dich kann ich nämlich nur mit Kugel, äh, mit Magie schocken. So, weißt du was, ich habe ja den Stab, also, Zeug. Danke. Danke.